Hi und herzlich willkommen bei MRTV. Heute mal aus meinem Auto und nicht aus dem MRTV-Hauptquartier wie sonst. Denn ich möchte euch heute einfach mal zeigen, was ich eigentlich mache, um Geld zu verdienen, wenn ich nicht gerade Videos für MRTV drehe. Ja, ich bin gerade hier beim Kunden angekommen. Und zwar handelt es sich um eine Firma, um eine große internationale Firma und ich berate diese Firma. Ich mache Firmenberatung im Bereich XR, im Bereich Spatial Computing, also VR und AR. Und ich berate Firmen in diesen Technologien und zeige ihnen auf, wie sie mit diesen Technologien jetzt schon im Jahr 2020 Geld sparen kann. Wie man diese Technologien, wie man Spatial Computing benutzen kann, um Prozesse zu optimieren. Zum Beispiel, indem man viele Reisekosten spart, indem man virtuelle Meetings macht, also in virtuellen Konferenzräumen trifft, anstatt sich wirklich zu treffen. Oder wie man mit Fernassistenz viel Reisekosten sparen kann, wenn zum Beispiel eine Maschine defekt ist. Und der Spezialist, der ist aber in Singapur und der müsste erstmal aus Singapur eingeflogen werden. Das geht alles besser, nämlich mit AR-Brillen und Fernassistenz. Der Kollege in Singapur sieht, was ich sehe mit der Brille, kann die Maschine bedienen und warten und man spart einfach eine Menge Geld. Ja, und genau das mache ich. Diese Art von Firmenberatung mache ich. Ich gehe in die Firmen rein, ich kläre sie auf, ich höre mir an, was die Firmen eigentlich machen. Und genau für diese Fälle erkläre ich ihnen dann, wie sie mit VR und AR jetzt in 2020 schon eine Menge Geld verdienen können. Nicht verdienen können, sondern Geld sparen können. Ja, in dem Moment dann auch wieder Geld verdienen. Also das ist auf jeden Fall eine super spannende Sache. Und jetzt bin ich gerade hier angekommen beim Kunden. Und heute werde ich einen Workshop leiten mit VR-Brillen. Ich habe drei Oculus Quests dabei und werde auch mal meine Präsentation halten, wo ich erstmal einführend der Geschäftsführung hier erkläre, was man mit den Technologien jetzt schon machen kann. Und damit geht es jetzt los. Das ist das Firmengebäude. Ich habe den Namen der Firma mal verpixelt und auch die Gesichter werde ich gleich verpixeln. Nämlich genau von diesen Leuten hier. Das ist die Führungsriege. Das ist die Führungsetage des Konzerns. Ich hatte hier zu dem Zeitpunkt schon meine Rede gehalten, meine Präsentation gehalten. Habe ich leider nicht aufgenommen. Deswegen hier nur ein paar Eindrücke von dem Workshop nach der Präsentation, wo VR dann mal ausprobiert wurde. Und das war's. Ich bin wieder im Auto. Der Termin ist zu Ende. War hervorragend. Ist hervorragend gelaufen. Die Geschäftsführung war begeistert von dem, was man jetzt schon machen kann mit VR und AR. Und bei dieser Firma ist es so, die haben eben Standorte in der ganzen Welt. Und da geht es vor allem darum, Reisekosten zu sparen. Und das geht jetzt schon wirklich so gut mit den virtuellen Meetings, mit der Fernassistenz. Und da werde ich auf jeden Fall noch weiter mit denen zusammenarbeiten und denen zeigen, wie man das genau machen kann. Ja, ich freue mich auch, dass ich euch mal jetzt zeigen konnte, wie ich eigentlich mein Geld verdiene. Wie ich, was ich mache, wenn ich keine Videos mache. Nämlich genau das. Firmenberatung, Consulting im XR-Bereich. Und vielleicht seid ihr auch mal daran interessiert, für eure Firma da eine Präsentation zu bekommen oder einen Workshop zu machen. Und genau für diese Dinge bin ich natürlich bereit und würde mich freuen, wenn ihr euch da mit mir in Verbindung setzt. Die E-Mail-Adresse, meine E-Mail-Adresse ist unten in der Beschreibung. Und ich reise in ganz Deutschland. Ich reise auch ganz europaweit. Aber wir können das Ganze auch tatsächlich über Skype machen, über eine Präsentation, über Skype oder Zoom oder was auch immer ihr benutzt. Das ist auch möglich. Dann ist natürlich der praktische Teil nicht dabei, wo ich euch mal die VR-Brille aufsetze. Aber das geht auch und das könnten wir dann in dem Moment noch schneller schaffen. Egal, was ihr machen wollt im VR-Bereich, wenn ihr wissen wollt, wie man VR und AR einsetzt, wie man diese spannenden Zukunftstechnologien jetzt schon einsetzen kann und wirklich viel Geld für eure Firma sparen kann, dann setzt euch mit mir in Verbindung. Der Link, nein, nicht der Link, die E-Mail-Adresse, meine E-Mail-Adresse ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Ja, ich denke mal, das war wirklich spannend für euch, mal zu erfahren, was ich so mache, um Geld zu verdienen für den Kanal, damit ich das Vollzeit machen kann. Genau das hier. Und vielleicht kam es für einige von euch auch überraschend, dass ich Firmen berate. Also für mich kam es nicht überraschend, denn ich bin Diplom-Ingenieur der Informationstechnologie, habe jahrelang in dem Bereich gearbeitet und ich habe auch Wirtschaft studiert, habe den Master of Business Administration. Also ich weiß ganz genau, worum es geht und ich kann die Firmen wirklich konkret beraten, wie für deren Fall jeweils das beste Ergebnis erzielt werden kann mit VR und AR. Und das war es für dieses Video. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und nochmals, wenn ihr mich mal in eurer Firma haben wollt, zwecks Firmenberatung in Sachen VR und AR, dann kontaktiert mich, meine E-Mail-Adresse unten in der Beschreibung. Das war es. Ich freue mich drauf, euch vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.